Na, das ist doch mal ein verheißungsvoller Start diese Woche, fängt gut an, der DAX schießt schon mal in die Höhe, aktueller Stand vom DAX Future, ihr seht das selber, 13.370 in etwa, also das ist schon mal eine Hausnummer, was wir da sehen, er hat offensichtlich Lust, das Ganze noch ein bisschen weiter fortzusetzen. Hier seht ihr mal eine Idee, das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Sichtübung oder Leseübung, ihr habt hier etwas, wo ich eine Zeichnung drin hatte, das ist jetzt auf Tagesebene hier oben, einfach nochmal so zur Orientierung und was bringt das alles und dauernd wendest du und drehst dich, ja, das ist tatsächlich so, das sehen viele als Nachteil, als Händler muss ich sagen, ist das genau das Richtige, warum das Ganze? Naja, wir haben die starke Abwärtsbewegung gehabt und ich habe hier angedeutet, na, das sieht noch relativ korrektiv aus, also diese Zeichnung habe ich noch vor dem Wochenende gemalt irgendwann und habe gesagt, naja, hier rein, wenn das so schön korrektiv ist, dann ist das eigentlich ein ganz gutes Zeichen, also je mehr es hier da drin hin und her wackelt, also korrektiv eben nach oben läuft, desto besser. So, jetzt läuft der Kurs nach oben und jetzt bin ich schon wieder nicht glücklich mit der Short-Seite. Ja, macht ja nichts, denn die Short-Seite wäre ja dann interessant, wenn wir in dieser Box drin sind, wir sind jetzt in der Box drin und der Kurs hier unten durchbricht. Naja, gut, da sind wir weit von entfernt, also jetzt auf Short, nee, Short würde die Idee sein, wenn wir diese letzten Tiefs hier nach unten durchstoßen, nachdem wir die Box quasi hier penetriert haben, da reingelaufen sind, also so ungefähr bei 12.680, 90, irgendwie sowas in der Richtung. Das wäre jetzt hier so eine Marke, wo man sagen könnte, okay, da überlegen wir uns jetzt die Short-Seite tatsächlich, das ist jetzt hier gemessen auf den DAX Future. Naja, da sind wir so weit von entfernt, dass Short aktuell nicht relevant ist. Wer sagt, naja, ich muss meine Entscheidung doch immer ein bisschen früher fällen und in kürzerfristigen, naja, denkt immer dran, starke Bewegung, wackelige Bewegung, starke Bewegung, wackelige Bewegung. Ihr seht, solange es eben nicht stark fällt und vor allen Dingen dann wackelig hoch geht, ist die Welt ja erst nochmal in Ordnung. Im Moment ist das allerdings nicht so, die starken Seiten sind hoch, 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 auch hier immer noch hoch. Also es gibt im Moment noch keinen Ansatz, dass sich das ändert. Häufig kriege ich dann den Hinweis, ja, du sagst, es gibt noch kein Anzeichen und danach ist der Kurs nach unten gegangen. Ja, das kann durchaus sein. In diesem Moment könnte der Kurs jetzt drehen, während ich hier das spreche oder euch das Video sende. Nur man sieht es jetzt nicht. Jetzt also hier zu Shorten ist doch Blödsinn aus meiner Sicht. Das macht doch gar keinen Sinn. Aber wenn der Markt eine scharfe Abwärtsbewegung macht und dann wackelig, dreiwellig irgendwie hier nach oben kommt, dann hat man die besseren Chancen auf der Abwärtsseite. Und ich habe jetzt hier ebenfalls, sehe ich nämlich, da haben wir eine starke Schubrichtung nach unten und wackelig. Und naja, je nachdem wie aggressiv hier reingeht, wenn man jetzt so sagt, naja, dieses A, B, C, dann wäre man hier nicht reingetriggert worden, weil die Linie ja nie durchstoßen war. Aber ihr seht, wenn ihr sehr aggressiv reingekommen wärt, also hier, letzter Zwischentief, dann wäre ich doch hier Short gegangen. Richtig. Und hier wieder ausgestoppt. Ja, gut. Oder von mir aus hier, wenn ihr einen sehr weiten Stop setzt. Ja, die 78er Marke hier auf der Geschichte. Ja, dann wäre das das Risiko gewesen, was eingegangen wäre für eine Idee, die so viel oder noch mehr gebracht hätte. Also ich werde nicht müde, das immer wieder zu sagen, weil viele immer denken, naja, das klappt ja gar nicht immer. Das kann ja nicht wirklich taugen. Nee, das klappt tatsächlich ganz häufig nicht so. Aber wir machen ja, für uns ist die Trefferquote nicht relevant. Viele glauben, dass die Trefferquote für das Ergebnis im Trading relevant ist. Ist es aber nicht. Ist es wirklich nicht. Null. Die Trefferquote sagt gar nichts aus. Interessanterweise sagt auch das Chance-Risiko-Verhältnis nichts aus. Das finden viele eigenartig, weil sie sagen, ja doch, ich weiß, also hohe, man sagt doch immer, Stops möglichst eng, aber Gewinne laufen lassen. Also CRV, das Chance-Risiko-Verhältnis muss stark sein. Nein, das sagt nichts über die Ergebnisse aus. Ja, aber das ist doch wichtig. Beides zusammen als Produkt, Trefferquote und Chance-Risiko-Verhältnis in der Kombination gibt den Erwartungswert. Und wenn der Erwartungswert positiv ist für den Handelsansatz, tradet man ihn, aber nicht immer passiert genau natürlich das. Das nochmal so ein bisschen Softskills nebenher, weil ich weiß, dass viele sich da enorm schwer tun und sagen, boah, das liegt dauernd daneben. Ja, das mag schon sein, aber wenn ich bei einem Verlust-Trade so viel riskiere, bei einem Gewinn-Trade so viel gewinne, nur mal als Beispiel, dann ist das überhaupt nicht das Problem. Umgekehrt, wenn ich nur so viel gewinne, aber sogar so viel verliere, aber ich vielleicht eine Trefferquote von 80% habe, ist das auch kein Problem, wird auch dann der Erwartungswert positiv sein. Also ihr seht, es kommt immer auf die Kombination an und ob ihr da enger fahrt, wie ich es hier gesagt habe, mit so engen Einstiegen, das ist nicht so mein Begehr. Ich mag das nicht, wenn es zu eng ist, aber kann man machen. Dann ist es halt schlechtere Trefferquote, aber viel mehr Wumms, wenn es läuft, weil man relativ wenig riskiert. Der Stopp ist ja eng. Wenn man das etwas dezenter setzt, also im Sinne A, B, C, so auf dieses idealerweise symmetrische Mittelstück hier quasi setzt, dann ist leider weniger Gewinn bis zum Mindestziel. Aber ganz häufig kommen die da gar nicht erst vor. Manchmal schon, aber ich sage mal so, wenn ihr grundsätzlich eine starke, eine A, B, C Bewegung hier habt, dann das sind mögliche Einstiege vor Fortsetzung. So, jetzt haben wir uns das angeguckt hier beim DAX. Er geht halt im Moment nach oben. Was soll ich euch sagen? Er ist jetzt in den letzten Minuten nochmal wieder gestiegen. Ihr könnt, wann immer ihr korrektive Gegenbewegung seht, wenn ihr kurzzeitig Intraday handelt oder wenn ihr eben im Stundenchart handelt oder vier Stundenchart, wenn er mal eine korrektive Gegenbewegung macht, die dann gegebenenfalls nutzen für Fortsetzungen. Also ihr seht, das ist jetzt gar nicht so sehr auf die Zeit abhängig. Wichtig ist aber, dass die Gegenbewegung korrektiv ist und warum jetzt nicht einsteigen? Hätte ich nochmal 20 Punkte mehr, weil es an dieser Stelle quasi nicht wirklich erkennbar ist, ob der Kurs jetzt nochmal weiter steigt oder ob er dreht. Damit könnte ich sogar noch leben. Aber meine Stopp-Varianten für die Geschichte, mein Risikomanagement ist an diesem Punkt extrem unteroptimal, um es mal so zu sagen. Ja, also ich könnte damit leben, das ist so eine 50-50 Chance. Aber das Problem ist, jedwede sinnvollen Stops passen nicht so richtig gut zu dieser Idee. Das ist der Grund, warum ich sage, lasst euch zeigen, was die starke Richtung ist. Ah, okay, immer noch aufwärts, wenn er da bricht. Naja, immer noch zumindest mal Fortsetzung nach oben ist nochmal das wahrscheinlichere Bild. So, gucken wir uns an, was die Amerikaner machen. Naja, gut, wie bestellt. Ihr seht, das ist eine starke Bewegung. Sogar überlappungsfrei, fünffällig hier das Ganze. Zumindest sieht das nicht sehr korrektiv aus, dieses Teilstück. Und dieses Teilstück dagegen ist auf jeden Fall überlappend. Ihr seht, da sind Kurseüberschneidungen und entsprechend Brüche, die Fortsetzung. Also, ihr seht, das grundsätzliche Prinzip bleibt. Auch im 4-Stunden-Chart sieht das im Moment sehr gut aus. Eigentlich fände ich es jetzt am schönsten, weil der schon wieder so lang ist. Wenn wir jetzt eine Korrektur diesen Ausmaßes hier irgendwann bekämen und anschließend nochmal so eine Fortsetzung nach oben. Ich mache es nochmal einmal groß hier für viele, die das nicht so gut sehen können auf den Smartphones. Also, das grundsätzliche Prinzip Schub, dreiwellig, Fortsetzung ist auch hier der Fall. Oder wenn es irgendwie wackelt und nochmal eine Fortsetzung, ähnlich lang wie das davor, mag durchaus typisch sein. So, und jetzt haben wir das. Wir hatten hier die letzte große Korrektur. Guckt, im 4-Stunden-Chart. Also, ihr seht, das ist jetzt gar nicht eine Vorliebe auf irgendeiner Zeitebene. Schaut, wir sind im Moment in einer... Was für eine Bewegung? Aufwärts oder abwärts? Aufwärts. Das nächste Frage ist, ist die stark oder ist die schwach? Gibt es Kursüberschneidung? Nee. Könnte sie dreiwellig sein? Ja, dreiwellig könnte sie sein. Das heißt, Short hier drunter. Naja, da haben wir noch eine Menge Zeit. Vorläufig muss ich mir also über Short auf dieser Zeitebene keine Gedanken machen. So, das heißt, wäre vielleicht Long gut. Ja, aber Long hier oben einkaufen, habe ich ja gesagt, nicht so gut. Auch wenn es vielleicht weiter steigt und ihr damit diesen Anstieg verpasst habt, ihr könnt es typischerweise nicht sinnvoll gestalten vom Risk Management. Es gibt Varianten. Wenn ihr sagt, nee, ich habe da schon so meine Idee und es läuft ganz gut. Klar, das geht schon. Aber ich mache es mal einfach für die, die jetzt da erst reinfuchsen in diese Überlegung. Ich kenne das aus jahrelanger Erfahrung in den 90ern, als ich angefangen habe, Anfang der 90er. Und auch noch jahrelang ging das so, dass ich natürlich dann gesagt habe, ach, ich steige jetzt hier einfach ein. Wo bin ich eingestiegen? Dort. Und als nächstes hat der Markt gesagt, so, er ist drin, ihr könnt runtergehen. So, das habe ich so häufig miterlebt. Tut euch das nicht an. Aber wenn wir Korrekturen haben, ähnlich wie dieses hier, also irgendwie was, also jetzt nicht nur so eine kleine Fitzelkorrektur. Das ist jetzt nicht vergleichbar. Irgendwie was in ähnlichem Ausmaß. Ihr könnt das ja auch messen und könnt sagen, naja, entweder hier zum Beispiel den Rücksetzer so, wenn es ungefähr in die Richtung geht. Einige malen gerne Fibonacci dazu. Das war jetzt der falsche Knopf. Eine Zeile höher da oben. Ich habe ja alles mit Hotkeys hier. Und da seht ihr, da ist auch die 23,6er Marke. Das heißt, hier hätten wir zumindest mal so ein bisschen Unterstützung. Das heißt nicht, dass der Kurs da jetzt hinfällt. Das heißt auch nicht, dass der Kurs 100% sicher da dreht. Das heißt aber ganz sicher, dass viele Marktteilnehmer da genau hingucken, ob nicht vielleicht irgendein Anlass besteht, an der Stelle wieder zu drehen. Und wenn die Bewegung dahin, also diese Abwärtsbewegung sogar noch korrektiv aussieht, denkt dran, starke Bewegungsrichtung ist sehr häufig fünffällig. Würde mich nicht wundern. Wenn es so aussieht, fände ich das eigentlich total klasse, auch für das größere Bild. Denn wenn es dann noch mal korrektiv hier runter geht, würde ich anschließend sogar nach oben gehen. Das ist aber noch viel Zukunft, denn ich weiß nicht, ob ich das bekomme. Ich weiß ja noch nicht mal, ob ich das bekomme. Und selbst das ist das Erste, auf das ich jetzt die nächsten, in dem Fall viele Stunden, warten muss, bevor ich da irgendwie aktiv werde. So, also ich sehe, oder ich hoffe, ich hoffe, ihr habt das jetzt auch gesehen. Ihr könnt das so ein bisschen nachvollziehen, was ich hier sage. Machen wir das Gegenbeispiel jetzt hier. Also hier hatte ich sogar noch so eine Zeichnung drin hier für uns, dass wir quasi so eine Bewegung zu erwarten haben. Was ist denn, wenn ich falsch liege? Gibt es eine Chance, dass ich falsch liege? Yep, die gibt es. Wie sähe es denn aus, wenn ich falsch liege? Wenn ich falsch liege, läuft es ja nicht wackelig oder korrektiv hier runter, sondern impulsiv. Irgendwie irgendwas Starkes. Das reicht mir alleine nicht aus, denn ich will ja auch wieder nicht am tiefsten Punkt einsteigen, sondern dann warte ich wieder, dass ich eine Korrektur nach oben kriege und anschließend die relativ realistische Chance, dass es dann weiter nochmal nach unten geht. Und wer jetzt sagt, ich will aber nicht hier stundenlang warten müssen, der kann auch im 5-Minuten-Chart gucken, ob er irgendwo starke Bewegungsrichtungen kriegt, irgendwo dreiwellige Gegenbewegungen und sagen, naja gut, ich handele halt in Trendrichtung weiter. Also ihr seht, das geht auch im 5-Minuten-Chart. Was sollt ihr jetzt in diesem Moment machen? Ganz klare Aufforderung von mir, was ihr jetzt machen sollt. Gucken, ob die nächste Bewegung wackelig ist, in der Erwartungshaltung, dass wir eine realistische Chance haben für eine Fortsetzung, oder ob die nächste Bewegungsrichtung abwärts ist, mit wackelig nach oben und dementsprechend dann die nächste erwartete Bewegungsrichtung eher nach unten. Also ihr seht, das geht auf allen möglichen Märkten, es geht auf allen möglichen Zeiteinheiten. Es ist beim Nasdaq nicht groß anders, also insofern, was soll ich euch sagen, auch hier kann ich mir sehr gut vorstellen, vielleicht macht ihr das als Zeichenübung mal selber beim Nasdaq, damit ihr das so ein bisschen nachvollziehen könnt, dass wir hier irgendwann eine Korrektur bekommen. Merkt euch, so die fünfte Welle als Orientierungshilfe, nochmal die erste. Ich kann euch nicht sagen, wie weit die geht, weil ich ja noch nicht weiß, wo dieses Tief ist. Aber wenn es kommt, sehe ich es. Also spätestens im Nachhinein. Häufig höre ich, ja, man sieht das immer erst im Nachhinein. Ja, reicht doch. Ich muss die Korrektur nicht im Vorhinein sehen. Im Vorhinein stelle ich sie mir gerne vor, aber wenn ich so eine Bewegung habe wie diese hier und anschließend macht der Chart so was, also wenn ich Pech habe, verpasse ich es halt, aber irgendwie so was weiß ich, zumindest mal die Unterseiten suche ich. Ja, und wenn ich es verpasst habe, dann sage ich mir, ja, schade drum, dann mache ich halt die nächste Bewegung, die wieder eine scharfe Bewegung ist und dann mal eine Korrektur in die andere ist. Und wenn ich mal nichts sehe, dann gehe ich auf einen anderen Index oder auf eine andere Aktie oder eine andere Währung und mache es halt da. In diesem Sinne, euch toi toi toi, einen ebenso guten Wochenstabend. Wochenstart wie den Indizes. Geht steil, euch alles Gute, liebe Grüße.